Der Robocleaner von Kärcher Der Robocleaner wird Ihr Leben verändern, denn er saugt Ihre Wohnung, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Vier Reinigungsprogramme stehen Ihnen zur Auswahl. Der Robocleaner von Kärcher saugt bis zu 15 Quadratmeter pro Stunde. Integrierte Kontaktsensoren erkennen Hindernisse. Intelligent stellt sich der Robocleaner auf den Verschmutzungsgrad ein. Der Robocleaner kommt in jede Ecke und aus jeder Ecke auch wieder heraus. Unterschiedliche Bodenbeläge reinigt der Robocleaner problemlos. Die federnd gelagerten Räder überwinden mühelos kleinere Absätze. Optische Sensoren erkennen zuverlässig Treppenabsätze. Mit System befährt der Robocleaner Schmutzzonen so lange, bis sie sauber sind. Von einem Navigationsleitstrahl geführt, findet der Robocleaner immer wieder zur Ladestation zurück. Der Akku wird geladen, der Schmutz in die Station abgegeben. Wenn Sie zu Hause sind, arbeitet der Robocleaner besonders leise. Und dank seiner niedrigen Bauhöhe kommt der Robocleaner problemlos fast unter alle Möbel. Der Robocleaner von Kärcher. The future is now. The future is now. The future is now. Vielen Dank.